Guten Tag, mein Name ist Hauke Gellach und ich befinde mich hier vor der Frieda 23, in der sich unter anderem das Medienkolleg Rostock befindet. Und hier werde ich gleich Daniel Palubicki zu seiner Ausbildung zum Mediengestalter im Bereich Bild und Ton befragen. Ja Daniel, du machst ja hier eine Ausbildung zum Mediengestalter im Bereich Bild und Ton. Wie bist du auf diese Ausbildung gekommen? Ja, ich war schon immer interessiert in popkulturellen Inhalten und habe gedacht, Mensch, das möchte ich gerne mal beruflich machen, um auch mal ein paar mehr Hintergründe zu erfahren. Habe dann gesucht, habe mich auch beworben bei Firmen und bin dann auch hier aufs Medienkolleg Rostock gestoßen und hatte mich dann einfach mal beworben. Welcher Bereich ist dein Lieblingsbereich hier in der Ausbildung? Ja, also mehr das Praktische. Also Theorie ist meist sehr trocken, daher machen die Übungen schon mehr Spaß. Und was genau bei den Übungen? Kamera, Schnitt oder Ton? Ja, also Kamera macht viel Spaß, Schnitt auch. Regie führen tue ich auch sehr gerne, Ton ist natürlich, glaube ich, von uns allen nicht so die Lieblingsdisziplin, aber geht auch. Du hast ja schon viele Produktionen hier in der Ausbildung mitgemacht. Welche dieser Produktionen war bis jetzt deine Lieblingsproduktion? Ich muss sagen, letzte Lichtgestaltung hat mir sehr gut gefallen, weil da muss man auch sehr kreativ umgehen durch die verengenden Bildausschnitte. Aber ich muss sagen, auch das Hörspiel hat mir auch sehr Spaß gemacht, weil das mal was anderes war, mehr in die Tonrichtung. Aber ich kann schon sagen, meine Lieblingsproduktion war Lichtgestaltung. Wo, glaubst du, stehst du nach der Ausbildung in ungefähr fünf Jahren? Ja, ich hoffe immer, dass ich mich etabliert habe, irgendwo, frei beruflich oder in einer Firma. Auf jeden Fall hoffe ich, dass mir das dann immer noch Spaß macht und ja, ich will die Zeit zeigen, was daraus wird. Okay, danke für das Interview und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, ein Interview mit Hauke Gerlach.